Sandra Auffahrt, Nuppa Feeds La Vista hat im vergangenen Jahr eindrucksvoll bewiesen, dass sie ein richtiges Derby-Talent ist. Gab es irgendeine Änderung in der Vorbereitung gegenüber dem vergangenen Jahr? Nee, eigentlich nicht, da das ja letztes Jahr so super geklappt hat, habe ich versucht, dieses Jahr einfach genau das nochmal so vorzubereiten und bis jetzt muss ich sagen, alles richtig gemacht. Fühlt sich gut an. Paul Schockemöhle hat gerechnet und hat herausgefunden, okay, sie braucht so ungefähr 70 Punkte aus beiden Qualifikationen und hat mit dem Wissen auch nicht hinter den Berg gehalten. Ist das schön, wenn man einen Promi hat, der für einen mitrechnet? Auf jeden Fall, doch. Ich glaube, er fiebert ordentlich mit und das macht mir auch sehr viel Spaß. Morgen ist ja zumindest für die Derby-Reiter Pause. Was passiert dann mit Nuppa Feeds La Vista? Grasen gehen, bisschen locker trainieren? Genau das steht auf dem Programm. Einfach so ein bisschen sie bei Laune halten, ihren schönen Tag bereiten, dass sie gut gelaunt für Sonntag und motiviert ist, ein bisschen ausruhen kann auch.